So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen, weiteren Video hier von dem BitBikeMasters. Ja, leider fehlt hier ein Fahrzeug. Es ist kaputt. Heute ist Sonntag. Ich fahre nur so zum Schauen und filme das Ganze mal von außen. Habe ich ja alles letzte Woche schon angekündigt, wo es kaputt war. Wisst ihr ja Bescheid. Ja, mal sehen, wer heute noch so da ist. Das Wetter spielt mit. Wir haben schönen Sonnenschein. Der Regen ist weg von gestern. Ja, habt viel Spaß im Video. Und bis zum nächsten Rennen, wo mein Fahrzeug wieder ganz ist. So, jetzt werden alle aufgestellt, wie sie ein Zeitraining abgeschlossen haben. Dann machen sie nochmal eine Einführungsrunde und dann geht das los mit dem ersten Wettungslauf der Sonson Limited. So, jetzt kommen nochmal alle Fahrer. Eine Einführungsrunde hier. So, jetzt einfach gleich eine Einführungsrunde. Und dann geht es jetzt los mit der Startaufstellung und dann gleich der erste Radungslauf. Die 5 wird gezeigt, dann kommt die 5 und jetzt der Start. Nummer Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 aktuell, Nummer 4, 5. 6, 7, 8, 9. Hier betreten die Kräfte um die Platz hier hoch. Nummer 4, 5. Musik Und da ist die Zielflagge. Die Fahrzeit beträgt 10 Minuten bis zur Runden. Keiner gestürzt, alle kommen ins Ziel. Das ist auch immer sehr wichtig. Einführungsrunde von der Sumse an oben. Einführungsrunde von der Sumse an oben. Einführungsrunde von der Sumse an oben. Einführungsrunde von die Platte. Der Frist den Motoren. Einführungsrunde von der Sumse an oben. Das ist ein Wumper. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der zweite Lauf Der zweite Lauf Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Kopf-an-Kopf-Renner. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018